Lass uns loslegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Biege nach links ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. 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 Fahrt vorsichtig. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Okay, wir fahren los. Route neu berechnen. Okay. 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 Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nach dem Schrechland auf den Schrechlandern geht, Zürich, mit St싸zi, bis dahin ist Schrechlande. Ich bin der Schrechland auf der Schrechland. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung ist sie interessant. Hier schrechst alle Schrechlande um in den Schrechlande in die Schrechlande. An der Schrechlande auf die Schrechlande kommt. Schrechlande am Kreisverkehr privilegeden Tor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Den Nächst rechts abbiegen. Wiege nach rechts ab. Wiege nach rechts ab. Wiege nach rechts ab. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wiege nach rechts ab. 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 Wiege nach links ab. Wiege nach rechts ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.